Ja, ähm, danke für die 900 Abonnenten. Auf jeden Fall, es ist eine längere Zeit wieder her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Und auf jeden Fall habe ich es einfach, ja, ohne, wie gesagt, etwas hochzuladen, die 900 Abonnenten geknackt. Ich denke, viel dazu braucht man jetzt auch nicht sagen, aber ich habe auch schon eine gute Vermutung so, woran das liegen könnte. Ich habe ja vor zwei Videos, ja, über ein noch älteres Video von mir berichtet, was relativ viral für meine Verhältnisse gegangen ist. Und ja, genau, also, ich denke, ihr wisst schon, was ich meine oder welches Video ich jetzt meine. Auf jeden Fall kriegt das halt jetzt immer noch die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Ich habe fast die 400 Likes auf dem Video geknackt. Dadurch kommen dann auch natürlich irgendwelche Randoms, die mich einfach abonnieren und meinen Kanal nie wieder in ihrem Leben, ja, sich anschauen werden. Das heißt, ich mache also inaktive Abonnenten sozusagen jetzt dazu, was mir halt auch nicht wirklich viel bringt. Aber, naja, was soll man machen? Ja, ich habe jetzt den Sonntag, also ihr werdet das Video jetzt heute auch noch sehen. Ich werde es gleich fertigstellen und hochladen. Und ich weiß nicht gerade, was ich wirklich machen soll. Deswegen dachte ich mir, komm, ich mache einfach mal dieses Video zu den 900 Abonnenten. Das ist gerade durch Zufall entstanden. Also, ich war auf YouTube mit meinem Handy unterwegs. Dann wollte ich kurz halt den Kanal switchen. Also, ich wollte auf einen anderen YouTube-Account gehen. Und dann sehe ich einfach so, wäre nix. 900 Abonnenten. Hä? Was? Also, mir ist es auch die letzte Zeit aufgefallen, dass ich kurz vor den 900 stehe. Aber jetzt, dass da auf einmal heute Morgen so unerwartet 900 auf einmal steht, das war echt, ja, unerwartet, wie gesagt. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt gerade durch Zufall, ja, gesehen, dass ich die 900 geknackt habe. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür. Aber ich denke, ein Special oder sowas wird nicht kommen. Vielleicht irgendwann mal bei den 1000, falls ich das überhaupt noch auf diesem Kanal erreichen sollte. Und, ja, ich denke, das war es auch schon zu diesem Video. Ich wollte einfach nur so ein kleines, ja, Labervideo machen, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Bei mir geht jetzt nächste Woche leider auch schon die Klausurphase los. Also, ne, da habe ich auf jeden Fall gar keine Lust drauf. Aber naja, da muss ich jetzt durch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne einen netten Kommentar oder Verbesserungsvorschläge, falls ihr welche für meine Videos habt. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.